herzlich willkommen leute zu meinem neuen youtube video von mir das like da lassen aber da kommen immer neuen youtube videos von mir also könnt ihr gerne auf meinen kanal abonnieren da kommen immer neueste videos neueste benachrichtigungen folgt mir gerne auf instagram in beschreibung und könnt gerne kommentieren was ihr dazu findet oder nicht haben sie es verdient oder nicht ja juventus turin ein verrücktes spiel am sonntag gegen als roma juventus turin 3 1 hinten und dann haben sie das 4 3 gemacht also es war ein für das spiel gegen roma juventus turin lag 3 1 hinten rückstand und dann haben sie geschafft in sechs minuten das 4 zu 3 und bloß noch rote kart als juventus ein glückliches sieg also knappe sieg aber leute ich möchte das nicht mehr thematisieren das vor einem mittwochspiel zwischen juventus und inter mailland das super cop italiana finale juventus turin hat 1 0 geführt aber was ist passiert dann hat juventus dann hat inter mailland in der letzten sekunde das 2 1 gemacht 120 minute und es kam halt es kann halt mit fussball passieren aber ich bin so fest traurig gewesen dass juventus turin verloren hat ich habe gemeint dass juventus turin gewinnt aber es war nur so und leute bitte provoziert nicht dass juventus turin verloren hat es hat mich so aufgeregt und ich bin sowas ich bin traurig gewesen das könnt ihr gar nicht vorstellen ich bin so ein riesen juventus turin fan und ich liebe den klub und das ist das ist meine riesen bedeutung in diesem klub und ja und ich wünsche euch eine schöne wochenende und einen schönen tag und bis zum nächsten mal bis morgen juventus gegen und die nächste reaktion